Ja, herzlich willkommen zu Wirtschaft, Verstehen, Einfach und Klar erklärt. Ich habe jetzt hier den Philipp Schaapf, neben mir sitzen, Immobilienfinanzierungsexperte. Grüß dich. Grüß dich auch. Freut mich sehr, nochmal dabei sein zu dürfen. Wir hatten ein kurzes Video schon mal gemacht, wo ich mein Buch vorgestellt habe. Du hast deine Bücher heute auch nochmal mitgebracht. Ja. Und ich freue mich jetzt, heute nochmal ein längeres Video machen zu können. Genau. Wir haben uns jetzt hier wieder getroffen auf dem Immobilien-Immopreneur-Kongress. Der ist normalerweise in Darmstadt, jetzt sind wir in Bad Homburg. Und ja, wir hatten ja schon mal ein Interview, das war so ein bisschen zu Türenangeln. Jetzt haben wir nochmal ein bisschen mehr Zeit. Wir sprechen jetzt mal über Immobilienfinanzierungen, weil da bist du ja auch der Experte. Und ja, stell dich doch kurz mal vor, du bist ja Immobilienfinanzierungsvermittler auch. Was so deine Kernkompetenzen sind, was ihr so macht. Ja. Also, mein Name ist Philipp Scharpf. Die Firma heißt Immothege. Das ist abgekürzt für Immobilien-Stratege. Immothege. Und wir sitzen in Leonberg bei Stuttgart, sind knapp 20 Mitarbeiter inzwischen, betreuen etwa 2000 private Immobilieninvestoren bundesweit. Von bis so, also der, der seine erste Wohnung kauft, bis der da schon 150 im Bestand hat. So, der Durchschnittskunde kommt so nach sieben Wohnungen zu uns im Schnitt, wenn er es nicht mehr schafft, alleine weiterzukommen. Schöner ist natürlich, wenn er schon von einfach an dabei ist. Dann kann man so ein paar Fehler vermeiden einfach. Aber so, meistens sind sie so verzweifelt und es trifft meistens auch der siebten Wohnung zu, dass sie dann irgendwie zu uns kommen. Und wir machen eigentlich fast nur Immobilieninvestoren oder für andere schwierige Fälle, also für Profifinanzierungsvermittler machen wir denen ihre Fälle, die sie selber nicht hinbekommen, weil wir aus den schwierigen Fällen der Immobilieninvestoren gelernt haben. Einfache Fälle natürlich auch, so machen wir mal dankbar. Und was sind so die Kernpunkte? 110% Finanzierung, Kapitalbeschaffung über Blanco-Darlehen und Bestandnachbelein im zweiten Rang. So sind so die Hauptkernkompetenzen. Ansonsten ist es irgendein Knackpunkt. Ja, was weiß ich, im Ruhrgebiet ein Bergschadensverzicht. Oder im Norden oben ist das Objekt nicht nach WEG geteilt, sondern nach Bruchteilseigentum. Oder ist ein Erdbaurecht drauf? Oder was auch immer, ja, irgendein Knackpunkt plus noch hohe Beleihung, plus noch viele Objekte im Bestand, plus noch kleines Einkommen, sodass es dann irgendwie gar nicht mehr so funktioniert. Das ist so die Wiederziehung, die bei uns so aufschlagen. Und dann skalieren wir mit den Kunden zusammen die Bestände dann und besorgen einfach die Kohle. Ja, also ich kenne ja viele Immobilieninvestoren, die starten klassisch bei ihrer Hausbank mit der Finanzierung. So war das bei mir auch. Dann finanzieren die darüber und irgendwann merken die vielleicht, wenn sie weiter wachsen mit den Immobilien, also wenn nicht nur eine kaufen, das ist ja eh erledigt, aber wenn sie dann weiter wachsen, merken sie, okay, ich vergleiche jetzt vielleicht mal verschiedene oder ich komme da nicht weiter bei meiner jetzigen, gehe ich zu der nächsten und dann gehen die zu der und dann zu einer weiteren. Ist das auch deine Erfahrung, dass viele dann über verschiedenste Banken finanzieren? Was ist deine Meinung dazu? Wenn sie es früher getan hätten, wäre es besser gewesen, als zu lange abgewartet zu haben. Denn das Problem ist ja das, dass viele Banken einen als Neukunde schon gar nicht mehr aufnehmen, wenn ich schon irgendwie 5, 7, 10 Bestandsobjekte habe, weil der Prüfaufwand die ganze Zeit zunimmt. Das heißt, ich muss eigentlich frühzeitig und zwar bei den Banken, mit denen ich langfristig zusammenarbeiten will, meinen Fuß reinbekommen, damit ich es strategisch sinnvoll mache. Ansonsten zahle ich nachher drauf, weil ich dann viele Banken ins Ausgeschossen habe, die mich nicht mehr nehmen und muss dann zu denen gehen, die dann irgendwie über einen höheren Zins dann mich trotzdem noch nehmen, obwohl der Bestand schon größer geworden ist. Und wenn mich dann, sage ich mal, gerade der, der kleinteilig kauft, also irgendwie 25 Wohnungen, 70.000 Euro, ja, mit lauter einzelnen Finanzierungen, lauter einzelnen Wohnungen, das ist richtige Herausforderung, den dann bei einer neuen Bank zu platzieren. Den kriegt man eigentlich nur noch bei seinen Bestandsbanken sinnvoll unter, bei neuen sehr anstrengend. Also da kriegt man dann wirklich 10 Absagen, um dann mit der 11. mal eine Zusage zu kriegen, wenn man eine neue Bank sucht. Und da hat es dann massiv geholfen, wenn ich halt von Anfang an angefangen habe, solange der Bestand noch klein ist, ja, die richtigen Banken mehr auszuwählen, mit denen ich nachher noch finanzieren kann. Wenn ich langsam wachse, ja, dann kann ich auch mit der Hausbank relativ lang machen, es sei denn, sie macht nach einer Million zu. Das ist auch so ein klassisches Phänomen, dass sie nach einer Million zu macht. Und wenn ich es zu schnell mache, dann sagen sie, mach mal langsam. Ja, ja, ja. Dann brauche ich deswegen eine neue, ja. Und meine Empfehlung ist einfach, nur weil es bequem ist mit der Hausbank, sie hat schon alles, also nur weil es schnell ist mit der Hausbank, ich büße es später, wenn ich nicht frühzeitig mehrere Beziehungen aufgebaut habe. Was wären denn so deine grundsätzlichen Tipps, vielleicht schauen uns ja auch welche zu, die starten jetzt gerade erst mit Immobilieninvestments, oder es sind halt welche, die jetzt zuschauen, die haben schon mehr. Also vielleicht einmal, was sind so deine Tipps für jemanden, der jetzt gerade starten will mit der Immobilienfinanzierung, worauf sollte der bei der Finanzierung achten? Und was sind deine Tipps für jemanden, der schon mehrere Objekte hat, worauf sollte er achten bei einer Finanzierung? Also wer startet, da glaube ich, ist der höchste Fehler immer Tilgung, der gemacht wird. Es wird irgendwie getilgt, ohne sich Gedanken darüber zu machen. Und zwar sollte ich so tilgen, dass die ersten Objekte strategisch zum Renteneintritt kalkulatorisch fertig sind. Das heißt, wenn ich also jetzt irgendwo unter 30 bin, reicht mir eine 2-prozentige Tilgung. Wenn ich jetzt schon Richtung 40 laufe, dann brauche ich vielleicht 2,5% Tilgung. Aber dann mache ich keine 3, nur weil ich es kann. Weil ich baue mir Haushaltsrechnung und Cashflow, der mir es nachher büßt, weil es dann bei vielen Banken nicht mehr passt. Weil viele denken mir, ich mache morgens den Cashflow mit meinem Bestand und überschätzen sich total. Und die Banken ziehen massiv Abschläge runter für Bewirtschaftung im Schnitt 25%. Und dann nehmen sie teilweise noch eine Stressannuität an. Das heißt also auch nur lauter kurze Zinsbindung kann auch ein Problem sein. Es sei denn, ich habe hohe Renditen. Das muss ich also irgendwo ausbalancieren. Wir arbeiten gern mit kurzen Zinsbindungen. Wir haben kaum jemanden, der 15 Jahre oder 20 Jahre Zinsbindung nimmt. Fast immer nur maximal 10. Aber das kann ich mir nur leisten, wenn die Renditen hoch genug sind. Oder ich genug verdiene. Sonst komme ich damit in ein Problem, wenn ich nur 10-jährige Zinsbindung abschließe. Also auch da muss ich darauf achten, auf die Zinsbindung, die richtig strategisch auszuwählen und die Tilgung vor allem so auszuwählen, dass die ersten Objekte zum Renteneintritt fertig sind. Kalkulatorisch, in der Anschlussfinanzierung ändert sich wieder alles. Das heißt aber, ich kann die Objekte, die später folgen, in den Renteneintritt reinlaufen lassen mit einer 2% Tilgung. Und je älter ich werde, je schwieriger wird es, dieses Szenario zum Renteneintritt hinzukriegen. Das unterschätzen auch viele. Und dann sind sie nachher älter und dann kriegen sie eine 4,5% Tilgung reingedrückt und schaffen nie wieder positiven Kästpläne im Objekt zu erreichen. Und wenn ich von Anfang an es richtig mache, sind die Raten weg zum Renteneintritt, die Mieteinnahmen da, damit ist die Lücke zum Renteneintritt weg und ich kann dann auch wieder eine kleine Tilgung fahren. Aber könnten die nicht einfach so nach 10 oder 15 Jahren dann das Objekt auch verkaufen? Die könnten auch umschulden nach 10 Jahren mit einer anderen Tilgung. Aber was ist in der Zeit von Jahr 3, nachdem sie es festgestellt haben, sie werden jetzt zu hoher Tilgung gezwungen, bis Jahr 7, wo sie frühestens ein Vorwurteil entziehen können, um die Situation zu ändern. In der Zeit sind sie handlungsunfähig gemacht, so ein bisschen. Oder müssen über Bausparlösungen gehen oder was auch immer, müssen irgendwelche Lösungen finden, die nachher halt Geld kosten, weil sie vorher nicht strategisch das angegangen sind. Sondern irgendwie nach Bauch oder was auch immer. Ja, also dass zu hoch getilgt wird, haben wir fast immer als Problem am Anfang, weil die Leute denken, ja ich will ja schnell abbezahlen, das ist auch ein totaler Fehler. Und wenn ich, dann denken sie auch noch, ja dann habe ich ja was zum Nachbeleihen. Aber es ist viel, viel schwieriger nachzubeleihen, als wenn ich das Geld vorne mir übrig gelassen habe. Aber auch Sondertilgungen machen überhaupt keinen Sinn. Wenn ich eine Sondertilgung mache, dann habe ich es doppelt so hoch, wo ich später bezahle, weil ich später in der neuen Finanzierung einen höheren Beleihungsauslauf brauche. 100 Prozent, 110 Prozent statt 90 oder 80 zum Beispiel, weil ich mein Eigenkapital in bestehenden Finanzierungen verballert habe. Und dann zahle ich einen Zinsaufschlag auf die komplette neue Finanzierung und habe bei der Sondertilgung an der alten Finanzierung, die vielleicht ein halbes Prozent teurer war, da habe ich dann da hinten raus ein paar Euro gespart. Im Schnitt habe ich mit der Sondertilgung doppelt so viel Zins, die ich verursacht habe, als hätte ich das Geld zurückgehalten und in der neuen Finanzierung von Anfang an reingesteckt. Das würde aber bedeuten natürlich, dass ich dann kein Eigenkapital mehr habe bei der Anschlussfinanzierung. Genau, für die neue Finanzierung, dass ich keins habe. Wenn ich jetzt trotzdem noch genug hätte, dann wäre es was anderes. Aber okay. Wobei, dann muss ich mir auch überlegen, also habe ich denn wirklich genug? Weil, also ich sage, strategisch sollte man eigentlich 80 Prozent finanzieren. 80 Prozent hat das beste Preis-Leistungsverhältnis aus noch hoher Beleihung und noch niedrigen Zins. 60 Prozent ist natürlich der Zins noch niedriger, klar. Aber das klassische Beispiel ist eigentlich immer, mir fehlt das Eigenkapital, ich finanziere 100 oder 110 im neuen Objekt und ich kann mir keine 80 Prozent leisten, aber ich habe es vorher verballert über eine Sondertilgung. Und das ist schade. Ja, okay. Und dann noch ein Profitipp vielleicht für jemanden, der schon mehrere Immobilien hat, was die Finanzierungsseite bedeutet. Ja, da kommt genau die Nachbeleihung ins Spiel, wo viele unterschätzen, wie viel sie denn im zweiten Rang noch rausholen können aus ihren Objekten. Am allerbesten funktioniert es, wenn die Objekte irgendwo drei Jahre vor Ablauf der Zinsbindung sind, sodass ich da ein Forward-Darlehen plus eine Kapitalbeschaffung machen kann. Das heißt, ich gehe her, das Objekt habe ich mal vor 100.000 gekauft, das war schon von Anfang an 20 Prozent Unterwert, dann habe ich noch ein bisschen aufgewertet und ein bisschen tilgt. Und mittlerweile ist es 200.000 wert nach sieben Jahren. Und meine Schulden stehen irgendwo bei 90.000 dann vielleicht. Und jetzt kann ich hergehen und sagen, hier von den 200.000 finanziere ich 80 Prozent, sprich 160.000. Und die Differenz zu 90.000, die hole ich mir als Kapitalbeschaffung. Und das ist dann wieder das Eigenkapital für den neuen Deal oder das Eigenkapital plus 20 Prozent für den neuen Deal, sodass der neue Deal wieder zu 80 finanziert wird. Und dann habe ich hier eine 80 Prozent Kondition in der Anschlussfinanzierung. Die Kapitalbeschaffung bekomme ich sofort. Dadurch, dass ich ein Forward-Darlehen mache, hole ich mir die Bank, die neue Bank, die sonst der erste Mal die Kapitalbeschaffung im zweiten Rang hat, kommt automatisch in den ersten Rang über das Forward-Darlehen und gibt mir dann auch den zweiten Rang. Es geht auch sonst im zweiten Rang, aber unter schweren Bedingungen. Mit Forward-Darlehen leichter und bei mehr Banken. Und ich wechsle immer die Bank, weil die alte Bank, die tut sich immer schwer mit der hohen neuen Objekteinwertung. Deswegen immer in der Anschlussfinanzierung die Bank wechseln grundsätzlich. Übrigens ist das auch die beste Variante, um neue Banken zu akquirieren. Aber in der Anschlussfinanzierung habe ich keinen Zeitdruck. Wenn ich ein Objekt neu ankaufe, eine neue Bank zu akquirieren, dann kann ich schon frühzeitig Kontakt aufnehmen. In der Anschlussfinanzierung, da habe ich niedrige Beleihungen und ich habe Zeit. Deswegen ist das der beste Weg für Profis, um neue Bankkontakte zu akquirieren. Oder auch mal mit einem Vermittler zu arbeiten, wenn man es bisher nicht getan hat. Denn in 80 Prozent Finanzierung ist viel, viel mehr Wettbewerb im Markt. 100 Prozent Finanzierung macht ja schon gar nicht jede Bank. Also deswegen mit einer 80 Prozent Finanzierung, mit einer Anschlussfinanzierung reinzugehen. Super, ja. Der Fehler von den Profis wäre, zu frühzeitig ein Vorwort zu machen ohne Kapitalbeschaffung. Eine Anschlussfinanzierung zu machen, einfach so ohne Sinn und Verstand, mit irgendeiner Tilgung, die ohne Strategie ist, einfach nur aus Bequemlichkeit irgendein Angebot zu unterschreiben. Das wäre der Fehler dann. Ja, also man merkt, du hast da wirklich fundiertes Wissen. Du hast ja auch ein riesendickes Buch darüber geschrieben. Das können wir auch gerne hier drunter nochmal verlinken. Ist auch sehr schön, weil da total viel Content drin ist. Das ist der Wahnsinn. Und man sieht wirklich, viele denken, Immobilienfinanzierung, da gibt es eben nur das eine. Aber es gibt da so viele Möglichkeiten und Optimierungsmöglichkeiten, die du ja auch aufzeigst. Und das ist auch eine wichtige Sache. Letzten Endes geht es ja um die Rendite. Und da ist die Finanzierungsseite natürlich das A und O. Deswegen, ja. Das ist der zweite Deal, der sekundäre Deal. Erstmal der Immobiliendeal und der zweite Deal ist die Finanzierung. Ja, 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 genau. Wobei es selten um künstliche Konditionen geht, sondern eigentlich immer um eine gute Optimierung, die mir langfristig Geld spart. Oder überhaupt die Finanzierung zu bekommen. Das ist dann die andere Seite. Wenn ich kein Kapital habe, dann ist häufig überhaupt das Problem. Ja, okay. Ich würde sagen, wir haben einen kleinen Einblick gegeben. Wir haben wichtige Tipps auch gegeben. Genau. Wer da weitere Informationen haben möchte, du baust doch gerade einen eigenen YouTube-Kanal auf. Richtig. Da wird es noch ganz viel Content geben. Ja, ihr habt schon über 200 Videos vorproduziert. Unter anderem ein Interview mit mir jetzt gerade auch. Genau. Also das wird spannend. Und ja, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auch gerne unter dem Video posten. Wir gehen darauf ein. Genau. Ich kommentiere auch mit. Ja, super. Ja. Also dann danke. Bis dann. Tschüss. Tschüss.